Hi Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar habe ich für euch die Schwebebahn gefilmt in Wuppertal. Da war ich an den Haltestellen Wuppertal-Vorwinkel und Pfarrisbeckerstraße. Nun wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Hier sind wir in Wuppertal-Vorwinkel. ... ... ... ... ... ... ... So, jetzt geht's. Hier sind wir in der Paresbecker Straße. Hier sind wir in der Paresbecker Straße. Hier sind wir in der Paresbecker Straße. So Leute, das war es jetzt mit dem Video. Wenn das Video euch gefallen hat, gebt den Video einen Daumen nach oben. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.